Weihnachten ist für mich jedes Jahr seit 35 Jahren eines der schönsten Feste bei der Aktion Freundeschaft und Freude. Und zudem feiern wir richtig standesgemäß den Geburtstag von Jesus. Am liebsten verbringe ich natürlich die Tage um Weihnachten mit meinem Ehemann Siggi, weil wir da auch Hochzeitstag kennen und unser Kater Semmi ist mit dabei und oft auch gute Freunde. Also nicht verzichten möchte ich in der Weihnachtszeit natürlich auf die viele, viele gute Menschen, die ich kennenlerne, die uns helfen, dass wir die Aktion das ganze Jahr über machen können. Und am liebsten wäre es mir für mich und für alle Leute, dass wir alle Tage ein Stück weit Weihnachten feiern, im Geben und Nehmen.